3-9 hier ist 6-6. Zeit des Kontaktes 10.28 Uhr, Ortszeit. 23 hoch, 2 rechts. Stand by. Schicksal. Guter Schuss. Ich baue hier eine Straße, meine Herren. Ich baue hier eine Straße, die wie ein Dolch ins Herz des Feindes stößt. Aber ich habe 36 Zivilisten in den letzten vier Monaten verloren. Und das muss aufhören. Ich bin Ihr Partner für den Frieden. Hier ist der Geburtsort der Taliban. 54.000 Quadratkilometer Aufstände, Stammesrivalitäten und Blutrache. Ich brauche Beobachter auf dieser Straße. Das wird dann mächtig knallen. Das nehme ich jetzt persönlich. Ich bin immer noch hier, oder? 6-6 Bravo, ein Konvoi kommt auf uns zu. VIP-Erkennung Bravo Delta Kilo. Drei Fahrzeuge, vier Taliban. 3-9 Alpha, was passiert im Dorf? Sie entführen einige Zivilisten. Es sind Kinder. Sollen wir eingreifen? Warten Sie ab. PDK wird von der CIA geschützt. Der ist deren Spion. Sie entführen kleine Kinder. Kein Eingreifen. Wir müssen was tun. Ihre Jungs werden sich da raushalten. Ich bin stolz auf das, was wir hier tun. Aber ich kann den Sinn darin nicht erkennen. Diese Leute spielen ein doppeltes Spiel. Einen Tag sind sie für uns, den anderen für die Taliban. Halt still! Das ist nicht nur ein Krieg. Das ist ein ganzer Haufen von Kriegen. Schluss mit den Kinderspielchen. Sie kämpfen in Ihrem Krieg, Käpt'n. Und ich in meinem. Wissen Sie, was Sie getan haben? Sie haben in etwas eingegriffen, wovon Sie keine Ahnung haben. Glauben Sie, Sie könnten mit einer Kugel alles ändern? Es ist möglicherweise komplizierter als das.